recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter wir sind in folge nummer 17 oder 18 von oxygen not included ja wie ihr seht wir brauchen definitiv ihr könnt es vielleicht nicht so gut erkennen auf dem kleinen bild aber wir brauchen essen das ist unser haupt problem wir wollen hier noch 150 kilo kupfer machen veredeltes wir haben erst 50 dann kriegen wir unsere batterie hier hin und dann geht es auch mit dem strom besser anderes ziel war noch hier das wasser zu bekommen obwohl wir hier eigentlich noch relativ viel wasser haben dann müssen wir gucken ob wir das überhaupt machen wollen da warten wir erst mal ab und gucken nach dem intro weiter bis gleich ja dann legen wir mal los gucken wir mal dass wir ans essen kommen also hier haben wir ja so ein paar sachen jetzt müssen wir mal gucken hier wollen wir noch weiter bauen wie sind das hier mit temperatur das soll jetzt erst mal wichtig oder okay hier wäre noch möglich eine pflanzenfarm zu machen hier wird es schon teilweise zu warm und hier müssen wir schlafen oder hier da ist ja auch schon mit schlafen schlechter also hier drüber geht noch einer damit der farme so gucken ja vielleicht doch hier da sind wir schon ein stück weiter lass uns mal eine reihe kümmer da sowieso noch weg machen manchmal auf 5 4 weg dann können wir das noch abbauen wie ist die prio da die prio ist da auf fünf okay dann müssen wir gucken dass das da vorangeht ellie macht hier grad ordentlich rabatts hier ist einmal essen wir haben aber gerade 2 4 sogar hier oben fehlt was die entscheidende mahlzeiten sollte man da doch irgendwie so sag schon matschriegel essen matschriegel sind doof oder hier fehlt jetzt irgendwie auch mit dem boden da wir das hier irgendwie so schlecht gemacht haben glaube kann man da auch keinen boden bauen oder kann das sein okay wir werden das auch noch hinkriegen gehe ich von aus also hier geht ellie jetzt erst mal steil ich hoffe das funktioniert genauso wie ich mir das vorstelle mit dem wasser wahrscheinlich ist die pumpe nachher zu tief wir graben auf vier hier noch ein stück raus kommt das machen auch noch und dann schauen wir mal weiter das sollte ja soweit klappen eigentlich oder hier wird auf jeden fall kupfer gemacht und wir haben schon 50 kilo das schon mal gut dann werden ja gleich noch mal 50 kilo ferdig und dann können wir endlich unsere batterie bauen die geht auch auf prio 9 kann ich euch sagen 200 kilo sehr gut intelligente batterie sehr gut kommt hierhin und diese habe ich gar nicht auf prio 9 gestellt aber die kommt jetzt auf prio 9 genauso wie die stromleitung dahin erst mal obwohl die da ja gar nicht stehen sollte aber ist jetzt auch egal und dann bauen wir die ab also die leitung sollten wir vielleicht auch noch mal kabel wo ist das kabel mauer auf prio 9 so und dann muss diese leitung natürlich verbunden werden die batterie verbunden werden haben wir diese stromleitung diese diese datenleitung denn schon wahrscheinlich noch gar nicht kabelbrücke batterie die haben wir noch gar nicht die batterie wird gebaut das heißt wir müssen andere forschung noch anstoßen dafür gut gerade mal eine forschung rein was forschung man denn überhaupt gerade aktuell da sind wir die rutscht stange die dauert noch ein bisschen aber dann müssen wir definitiv das netzwerk kabel haben wo ist das automatisierungs kabel da ist es das ist und das geht auch also was die rutscht stange kann ins weiter glied muss ich mir merken dass wir die danach machen aber hier ist jetzt auch gerade nichts mit strom macht mal auf acht weil das muss jetzt vorangehen ok hier wird jetzt gelaufen krabbeln da auch so rüber das geht auch gerade so wer ist jetzt hier so bei also wenn es nämlich die kohle wäre schon alle naja ok das kriegen wir schon irgendwie noch in griff hier ist nur sauerstoffmangel das ist das problem vielleicht kriegt rennen die jetzt auch fertig noch sehr gut sieht gut aus jetzt das kabel kabel ist auch auf 9 sehr gut ist schon material geliefert worden glaube ich allerdings möchte gerade keiner bauen das ist wieder mal super cool hier haben wir so viel sauerstoff dass schon keiner mehr gerade produziert wurde ok na dann die ist gleich aus weil kein material mehr da ist oder stinky baut jetzt den strom weiter will ich hoffen nee stinky hat irgendwie sandstein geliefert essen 3200 hier kann man auch ernten hier geht irgendwie nix und da müssen wir auch mit dem strom gucken dass wir diese gleichrichter oder wie sie auch immer sind und die haben wir noch gar nicht erforscht oder sowas ne das ist dann der nächste punkt gut werden wir auch noch kriegen oder läuft das unter station nenne oder doch doch stromstation da ok hätte das metall auch wieder 200 sollte aber gehen ausgewählt ist doch noch sechs ja ok da können auch mal gleich schon wieder auf zehn gehen gerade doof dass wir jetzt hier naja der ist halt schon lernen da ist ja alles gut soweit erstmal essen 1600 sollte mal schlafen gehen wenn ich schon schlafen gegangen ok da geht was fehlende ressourcen sind jetzt was der elektrogrill wird hat kein strom schon mal auf jeden fall pelze knorpel werden und eingelegte mahlzeiten haben wir alles nicht das ist schon mal schlecht hier ist kein strom weil noch keine leitung liegt heißt gerade nicht so prickelnd was macht stinky stinky sammelt was auf und zwar sandstein um irgendwo was zu bauen wo geht's den gehirn der gebaut da unten ne bauten bett erstmal jetzt haben wir auch was falsch gemacht aber da kann man jetzt was bauen muss nicht wie sind die prior da zum bauen das bett hat vier und der boden hat fünf alles klar ok nahrungsmangel ist immer noch da ist klar ja dieser baum muss fertig werden dieser baum ist der raum muss fertig werden nicht der baum ellie ist am essen und wir kriegen irgendwas neues gucken wir mal gerade rein in der blau pause heilpillen oder pilz spore keine bedingte leiden ja kochkunst tierzucht athletik stärker kam das ist ja das wird schon mal keiner für mich athletik gesehen wäre jetzt auch nicht so schlimm dekoration aber gehört kann dekoration auf den tieren führen der auch egal kochkunst und tierzucht das ist jetzt aber nicht so weil wir wollen die kommen gar nicht genug essen können also nicht machen ich würde jetzt tatsächlich ja zwischen den beiden entscheiden einfache leicht zu handhabende mittel gegen leichte keimbedingte leiden eigentlich ja schön aber die pilz spore hilft uns glaubt mehr weiter man müsste nur gucken ja ich nehme sie ganz einfach mal und dann müssen wir gucken wie wir sie ein essbar geschmacksamer pilz der im dunkeln gewachsen ist qualitativ fürchterlich kalorien 2 4 konservierungstemperatur ist klar pilz spore müssten wir haben aber die findet man gar nicht ja dann ist das halt so ne da ist die pilz spore und da ist der eintrag und da kommen wir zum pilz und dann müsste ich jetzt einen raum haben wo ich den anbauen kann aber der muss dunkel sein konservierungstemperatur ist mit der zyklus 4 welche das fürchterlich ich wüsste jetzt aber nicht wo ich sie hinpflanzen soll die spore wenn dann vielleicht hier oder wir brauchen hier noch einen weiteren raum wo sie dann hin kann da ist die dämmerkappe die wächst kohlendioxid braucht die körper temperatur 5 bis 35 grad also kohlendioxid wäre natürlich unten also hier wie ist denn mit der temperatur hier unten viel zu warm wahrscheinlich 41 grad dann wächst die schon nicht mehr also wollen wir hier nicht anfangen kohlendioxid würde ich dann hier hinbauen wollen noch da wo es wasser ist läuft auch so auch doof weiß ich dann auch nicht das würde bedeuten ich muss hier durch was können wir hier machen dekoration plus 5 radius einfällt untersuchen kann man das ich glaube wir gehen mal hier rein oder bauen da mal eine tür hin ich mache das erstmal so wie sind die prio 5 ok können wir so lassen ziegel machen wir mal hier zwei hin und bauen dann graben dann uns erstmal hier rein so oder da wird auf jeden fall schon material wieder gebaut die batterie funktioniert schon hat aber hat der automatisierungsdraht fehlt uns noch was macht die forschung die wird gerade geforscht was forschten wir glaube das war schon ein kabel ja sehr gut gut dann wird das das nächste sein was wir kriegen das ist auch gut so hier geht es überhaupt nicht voran keine samen verfügbar für die dornblüte knorpelbeere kommt da heraus oder hier sieht schon ganz gut aus hier kann man ja noch ein bisschen länger machen bis dahin auf jeden fall haben so mal gucken hier oben ist das mit dem wasser gibt es ja auch noch sauerstoff hier oben gibt es auch noch kupfererz wird man gerade hier sagen noch mal so dann geht das schon mal was er ist schon mal wieder am alogen das ist gut wir kriegen wieder mehr kupfer hier unten liegt ja auch noch kohle und sowas wir brauchen unbedingt das automatisierungs kabel damit das mit strom klappt forschung ist naja irgendwie bei keine ahnung 30 prozent oder sowas das sieht doch schon mal nicht schlecht hier aus der raum oder lass uns mal gerade hier oben noch mal graben damit da auch weiter gearbeitet werden kann hier wir haben neue materialien gekriegt sozusagen wir haben nix zu essen gerade ist wieder mal so krass wie es mit temperatur hier ich glaube gut naja das sollte mit dem essen klappen aga hydro farben eigentlich müssten wir die hydro farben hier haben die hydro farben kann ich hier nicht direkt bauen wenn ich das abbreche kann ich das dann bauen 3 da noch mal 37 stück müssen sein dann passt dann können wir die da auch noch mal abbrechen und können auch noch mal hydro farben hin bauen zwei drei vier fünf sechs sieben passt soweit die erste hydro farben würde gebaut werden können da oben können wir von da aus bauen das heißt wir können hier auch noch das hier weg haben ich würde es erstmal bis dahin weg haben hoffe dass das soweit klappt verhungern zwei lindsee verhungert wo finden wir denn hier was zu essen graben graben auf neun hier schmutzwurzeln sind hier nirgendwo zu sehen hatte da geht es auch noch weil da ist noch eine schmutzwurzel hier auf neun und da kommen wir jetzt nicht so schnell dran hier wäre auf neun auch aber leider kommen wir da nicht so schnell dran da super oder kommt hier irgendwo ja da 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 muss das noch weg da 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 und da vielleicht auch da so wer verhungert keiner dann geht es ja noch mal die schmutzwurzel müssen wir jetzt erstmal alle kriegen damit wir wieder ein bisschen nahrung haben bevor wir hier weiter kommen mit unseren farmen die farm ist ja jetzt auch schwierig hier ist es ja auch noch und auch noch kein wasser da das ist auch noch nicht das thema ja kommt da schon hin oder nicht da da ok lange arbeitserwählen ressourcen wie sieht es mit der forschung aus wieder kein strom da können wir also auch nicht forschen das ist auch schon wieder doof 14 von 20 ist die forschung ich muss das rad jetzt auf 9 stellen hat anders keinen sinn gerade und den strom zum forschen damit das vorangeht unerreichbare nahrung wieso können die nicht auf die nahrung der hier was eingestellt standard rechte er die darf nicht die restlichen sollten noch da hinkommen oder kühlschrank ist auch nichts da ist ja auch kein strom da ich glaube noch verhungert hat keiner müssen wir nur darauf aufpassen da hat keine kalorien da die nahrung hier ist unerreichbar weil es hier nicht vorangeht oder kann das sein jetzt machen wir da erstmal den boden fertig das kann ja nicht sein oder ja gut aber ich würde sagen wir machen erstmal hier wieder ein cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wir es nächstes mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keine augen macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit was nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao